hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge so was auch mit dem gleichwohl und mit dem noch ja und das hast du doch schon gesagt nein wie viele habe ich denn jetzt hier da da geht's los da geht's also diesen tollen fehler ich muss es einfach mal wiederholen ich wollte doch nur noch mal darauf aufmerksam an das nachdem vor dem anderen ja 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 ist ja gut aber ich wollte noch mal darauf hin weil ich das so congregate einen fehler gemacht also ich wiederholen das war jetzt das hier ist gilde 2 also gilde 2 hat auch noch dann 70 geschafft also damit haben sie das letzte gewesen claim rewards claim rewards claim rewards 24 der zweite kann das hier sein claim rewards pop burgers brawl valentines challenge arty buds irgendwo hier muss von dem anderen rumble aber gut da kommen sie trink war das will werde halloween future cop komme ich jetzt gerade nicht drauf das war dieser fehler na gut egal jetzt schade weil davor waren sie auch schon extrem geil also extrem gut abgeschnitten ja ich weiß ich weiß also herr gleich ja was denn was denn und ja ich habe mir gerade eben einen kleinen spaß erlaubt so also deswegen war kurz das mikrofon so jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein ich kann auch hier wieder keine james aber wir haben sechs golden turd packs ich habe schon mal 500 epic stones rausbekommen wie schön 500 epic stones ja sowieso nicht mehr benutze so fisch fisch pheromone ich war die fisch pheromone und brian und mein gott noch mal wenn sie jetzt noch mal kommt keine so quatschen und jetzt kommt es natürlich nicht noch mal ne fisch pheromone jetzt kommt josh wieso habe ich mir so was schon fast gedacht so was kommt jetzt wenigstens so täglich pakete kaffee jetzt gucken wir mal rein hier oben bei den herausforderungen 19 19 19 und was 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 die besten zum partys so jetzt ich und weinschuh leuchtpistole und ok und 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 was ist denn jetzt los hä was ist jetzt kaputt Mr. Front ist cool. Mr. Front ist cool. Mr. Front ist doch die Combo-Karte, oder nicht? Ja. Warum ist das eine Combo-Karte? Keine Ahnung, aber Mr. Front ist cool. Dales Artillery. Ich muss da echte Charakter kommen. Mr. Front ist cool. Und, und, und? Na, du? Na! Phänomenalisch, bitte. Er gleich hat für eine kurze Zeit Hoffnung bekommen. Ja. Und, und, und! Ne, Amy. Oh, schön. Und jetzt, was war jetzt? Ne, Kissen. So, okay, also das war jetzt... So, jetzt haben wir hier drei Leggies noch. Und ein Kraftstein. Ein Kraftstein. Die letzte Schrottkarte. So, also. Und Leggies coming. Wieder das Hasenkostüm. Und, 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 boy! Ja, Mann! Und was kommt ihr so als? Alles das letzte Leggies coming. Nochmal ein Hasenkostüm. Ja. So, jetzt lass uns mal schauen. Also, Ausbeute. Lass mal schauen. Was haben wir da? Ich mach jetzt erstmal das da rein und das da rein und das da rein und das da rein. Das ist schon nochmal das Ding. So! Ha! 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 Lass mal gucken. Lass mal gucken. So, also. Da haben wir hier. Ah! Wo ist neu? Bobby. Eine Bobby. Aber Bobby alleine hilft mir. Hä? Kann ich so erstmal noch nichts mit anfangen? Nein. Nein. So. Gibt es Zaubersprüche. Oh, hast du das nicht drin? Naja, weil ich... Da. Mr. Front habe ich aber... Hasen. Warte mal. Hasenkostüm. 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 Hasen... Hasenkostüm kann ich schonmal... Hasen! Hasenkostüm kann ich schonmal Quattfusen. Wow! Ja! Warum bist du jetzt da wieder gegangen? Warum? Er hat keinen Bock! So, Hasenkostüm. So, jetzt machen wir das. Jetzt machen wir Fusen. Der geht sich vergraben. Jetzt machen wir Fusen. Und dann machen wir Quattfusen und machen ganz groß. Jetzt machen wir Quattfusen. Jetzt machen wir ganz Quattfusen. Und dann machen wir ganz Quattfusen. Und dann machen wir ganz Quattfusen. Woran erkennst du, dass es Quattfusen ist? Ja, da oben mit den zwei Barsen. Ich habe das inzwischen jetzt auch verstanden. Ja, nachdem ich das ein Jahr spiele... Über ein Jahr... Ja, wenn du das jemandem erzählst, der würde denken... Und was? Ja. Warte mal, was? Ja. Du zählst seit einem Jahr nicht scheiß Wörter? Du würdest denken, was habe ich denn gerade vor mir steht? So, ich habe ein Mr. Front, das reicht noch nicht ganz. Wäre egal gewesen. Okay, Leute. Ganz ehrlich. Nach einem Jahr. Schreibt mir bitte die Kommentare, wenn es noch nicht aufgefallen ist, dass es da irgendwie zwei Balken geht. Wem ist das bitte noch nicht aufgefallen? Den Steigenzeitmenschen? Huh? Uga Uga Uga. So, also. Guck mal, was? Oh Gott. So, ja. Das war es jetzt erstmal hier von diesem... Wie viele Kombos kann man eigentlich mit diesem Ziel da machen? Und tschüss. Wie viele Kombos gibt es denn da? 25. Okay. Ciao. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Lasst ein Abo, Like oder einen Kommentar da. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Livestream, Video oder Precompinning. Ciao.